KONZO MEBAS SOUL Ja Oh, Mist! 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 Oh, mein Gott! Es geht nicht! Mist halten! Oh! 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 Okay. Wir müssen sofort hier raus, verdammt! Das letzte Mal konnte ich tagelang nicht schlafen. Okay, auf geht's! Komm schon, beeilen wir uns! Nicht stehen bleiben! Schau mal, Kalina, er macht sicher was davon. Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder raus schaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey! Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber... Hier! Danke. Tja, Lazarewitsch und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Äh, nein, Chloe, wir suchen den Cintamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarewitsch aufhalten. Und wie wollt ihr das bitte schön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow, wow, wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast, der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich! Wir stehen mitten in Shambhala. Und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh, Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal? Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja. Und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht! So! So läuft das! Nein. Diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt! Aber gut, retten wir eben die Welt. Ja toll. Mehr von diesen Kriegs. Töck. Hier! Zurück! Haltet sie auf! Guck mal! Wir schaffen jedenfalls! Genau, oder? Was machen wir jetzt? Gegenseitig! Guck mal weiter schießen! Guck mal! Guck mal! Guck mal, geh jetzt rein! Ich bin der Pound! Das war's für heute. Karrina! Pass auf! Pass auf! Oh Mist, die fliegen in die Luft! Wir brauchen stärkere Waffen als die hier! Sieht so aus! Komm schon, der Sprung ist nicht schwer! Wie läuft's da hinten? Hey, das ist Harz! Eindeutig... Was zur Hölle? Verdammt, was ist das? Das Zeug fängt schnell Feuer! So wie dieses Harz! Na klasse! Wie wär's nächstes Mal mit ner Warnung? So... So... ... Das war's für heute. So mag ich das. Auf geht's. Hey, das kenne ich doch. Natürlich. Hier muss irgendwo der Cintamani-Stein sein. Das sieht wunderschön aus. Das muss ein wirklich wichtiger Ort gewesen sein. Ganz schön ruhig. Jetzt fühlt es sich gespenstisch an. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Okay. 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 das andere gegengewicht fehlt ja du hast die richtige größe dafür witzig ja 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 ok los geht's ok los geht's los da warst du etwas nah dran ah 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 Das ist gut. Vorsicht! Alles klar bei euch? Ja. 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 Das war's. Nate, pass auf! Dann müssen wir wohl zu diesem Vorsprung. Nehmen wir den Karren. Los geht's! Das war's. Gut gemacht, Leute. Dankeschön, Chloe. Gern geschehen. Da ist er. Oh, Mist. Runter! Und da unten sind Aufwächter. Ich sehe sie. Da bin ich. Ich sehe sie. Das war's. Da! Hey! Nein! Mist! Runter! Und da unten sind auch Fächter! Entschieß sie! Was ist das? Okay. Where are you? Where are you? Ten perutes! Where are you? Das war's. Oh, 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 oh. Elena! Vorsicht vor denen mit den Schleidern! Okay, alles klar. Der Stein muss hier irgendwo sein. Versuchen wir es oben. Okay. Na los, beeilen wir uns. Okay, wir sind fast da. Da ist er, der Chintamani-Stein. Wir sind tatsächlich die Ersten. So wunderschön. Ja, unbeschreiblich. Lust, zerstören wir ihn und hauen schnell ab. Warte. Irgendwas stimmt nicht. Was meinst du? Marco Polo lag falsch. Das ist kein Saphir, das ist Bernstein. Bernstein. Ja, weißt du, versteinertes Harz. Es ist Baumharz. Warte mal. Was ist denn? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo, Nate! Ich hasse es, wenn er das macht. Wem sagst du das? Wie konnte ich das übersehen? Was übersehen? Es ist kein richtiger Stein. Es ist das Harz. Das Harz vom Baum des Lebens. Okay, warte, ich komm nicht mit. Dieser Baum? Nein. Der Baum. Da ist er. Nazarewitsch. Er will auch zu dem Baum. Aber klar. Die schwarzen Zähne. Was? Die schwarzen Zähne der Wächter und der Leichen in Borneo. Sie haben das Harz gegessen und es hat sie verändert. Glaubst du auch, Nazarewitsch will das Harz essen? Willst du wirklich hier warten und es rausfinden? Bravo, Sherlock. Gut gemacht. Flynn. Verdammt. Oh, Harry. Was los, Kumpel? Enttäuscht, dass Nazarewitsch vor dir da war? Du hast ihn knapp verpasst. Ich wollte noch warten, damit du bei meiner Party dabei sein kannst. Wovon redest du? Vielleicht wollte Soran das die ganze Zeit, hm? Der ist schlauer, als er aussieht. Wir können ihn noch aufhalten. Elena, nicht. Nein, wir können dir helfen. Sorry, Süße. Das ist kein Film. Und du bist nicht die Heldin, die den Bösewicht bekehrt und alle rettet. So läuft das nun mal nicht, Baby. Flynn, hör mir zu. Abschiedsgeschenk von Nazarewitsch. Den Splint habt ihr behalten. Elena, weg da! Oh, nein. Oh, nein. Oh, scheiße. Elena! Okay. Dir geht's gleich besser. Los, wir bringen dich hier raus. Haltet Nazarewitsch auf! Geht jetzt! Vergiss es! Na los! Sie sind nach vorne! Scheiße. Okay, ich hab sie. Gib uns Deckung. Okay, Lala. Nazarewitsch. Scheiß auf Nazarewitsch. Wir müssen Elena hier rausschaffen. Ich mach den Weg frei! Komm, du schaffst das. Durchhalten. Warte kurz. Los, nicht stehen bleiben! Okay, komm jetzt. Na los. Du schaffst das. Vorsicht. Okay, noch ein kleines Stück. Genau so. Warten Moment. Wir kriegen Besuch! Wir kriegen Besuch! Los, nicht gegen den Weg! Die, sich schaffst das zu. Was sollen mich zu ihr classmates rein? Noel! Warte kurz, ver. Das ist nicht so. Wir haben damit ein kleines Stück. Wir brauchen ein kleines Stück. Deine, keine hemen. Warte aus. Wir brauchen ein kleines Stück. Granate! Okay. Okay. So weiter. Okay. Komm jetzt. Na los. Wie schaust das? Ja, genau so. Elena, alles klar? Na los, hier rüber. Vorsichtig. Du schaffst das. Ein großer Schritt. Okay, jetzt ducken. Hier durch. Ja, genau so. Chloe? Danke. Okay. Ich glaub das war der letzte. Hey. Hey Elena, wie fühlst du dich? Nicht gut. Es wird schon wieder. Hey, ich zähl auf dich. Okay. Ihr geht zum Tor. Macht so schnell ihr könnt. Warte, was meinst du? Nein. Nathan, nein. Hör mal, ich... Ich muss das beenden. Nein, musst du nicht. Wagt dich ja nicht, diesen Blödsinn ganz allein durchzuziehen. Bring sie nur hier weg. Nicht ohne dich. Wenn das Zeug Lazariewicz und seine Armee wirklich verwandeln kann. Du hast bitte nicht. Wenn das Harz ihn tatsächlich unbesiegbar macht und ich ihn jetzt nicht aufhalte. Aber das ist Selbstmord. Und du weißt es. Geht jetzt. Geht so weit weg von hier, wie ihr könnt. Geht.